Der Stellenwert dieser Konferenz ist weltweit sehr, sehr hoch. Es ist, glaube ich, die Konferenz mit den hochkarätigsten Teilnehmern. Und in diesem Jahr wird es sicherlich besonders spannend sein, beispielsweise die Diskussion über die Situation im Mittelosten. Also, ich sage es mal ganz unverblümt, Krieg mit Iran. Oder auch nicht. Oder wie kann das vermieden werden? Es wird sicherlich auch darum gehen, ob die Europäer ernsthaft bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen, angesichts der ganz offensichtlichen Neuorientierung der Vereinigten Staaten in den asiatisch-pazifischen Raum. Zunächst einmal ist der Chef eines jenen Unternehmens natürlich seinen Aktionären, seinen Mitarbeitern besonders verpflichtet, das Unternehmen voranzubringen. Dann denke ich, wenn ich ab Juni die Leitung der ERDS-Gruppe übernehme, geht es vor allen Dingen darum, auch eine Neuausrichtung unserer Verteidigungsaktivitäten anzugehen. Denn es ist ganz offensichtlich, dass die sinkenden Verteidigungsausgaben in Europa hier eine gewisse Neuorientierung erforderlich machen. Absolut, das ist offensichtlich. Da hat Panetta völlig recht und sein Vorgänger Gates hat das ja auch schon sehr, sehr deutlich angesprochen. Im Übrigen muss man sagen, die drastischen Einschnitte der Amerikaner heißen eigentlich, dass sie den geplanten Aufwuchskappen, also so dramatisch sieht es in Amerika nicht aus, sieht wesentlich deutlicher dramatisch aus in Europa. Also ich denke, zunächst muss man sagen, der Gedanke, das Konzept ist ja keineswegs neu. Das ist in den letzten 20 Jahren unter unterschiedlichen Überschriften immer mal wieder versucht worden. Der Begriff Smart Defense ist neu und das klingt ja auch gut. Wer möchte denn nicht smart seine Verteidigungsausgaben investieren? Aber eins sehr klar, ich glaube nicht, dass Smart Defense im Sinne von Lastenteilung, Role-Sharing ausreicht, wenn nicht genügend Bereitschaft besteht, für die Verteidigung auch entsprechend auszugeben. Also um mit der zweiten Frage anzufangen, das maße ich mir nicht an, zu beurteilen als Industrieführer, wo genau ein Burden-Sharing und ein Rollen-Sharing stattfinden sollte. Das müssen Politiker und Militärs entscheiden. Was die erste Frage anbetrifft, natürlich ist das grundsätzlich ein Vorteil, wenn man höhere Stückzahlen einkaufen kann, höhere Stückzahlen produzieren kann. Aber wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass dieser Vorteil zunichte gemacht dadurch, dass zwar mehrere Nationen sich an einem Programm beteiligen, aber dann doch wieder alle mit ihren unterschiedlichen nationalen Spezifikationen kommen. Und das führt dann unweigerlich zu, ja fast unweigerlich muss ich sagen, zu Zeitüberzügen und auch zu Kostenüberzügen. Unternehmen muss man aufpassen, dass man nicht ständig neue, meistens ineffiziente Bürokratien zur Abwicklung dieser Programme macht. Die effizientesten Programme sind die, wo ein Staat, eine Regierung und ein Unternehmen, die sozusagen die miteinander Handelnden und Verhandelnden sind und es nicht im multilateralen Rahmen stattfindet. Das ist ein wichtiges Projekt für die Ausgleichung. Untertitelung des ZDF, 2020